Eine sanierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Schwarzwald-Bar-Kreis. Das Objekt wurde 2009 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 97 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.150 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal.